Meine Vorfahren wären stolz. Wir zückten die Schwerter und zogen in den Krieg. Unsere Feinde wurden zunichte gewarnt. Ihre Städte stehen in Flammen. Alle, die sich uns widersetzt haben, wurden vernichtet. Ihre Toten sind still. Ihr Hojo sind siegreich! Von den Bergen im Norden bis zu den Tiefen des Meeres im Süden herrschen wir. Herrsche ich! Der wahre Herrscher Japans wurde offenbart. Alle sollen sich vor mir verneigen. Ihre mächtigen Shogun! Die Bedeutung unseres Clans wird nicht vergessen. Sein Ruhm. Seine Macht. Ein Vermächtnis, das zehntausend Jahre andauern wird. Die Bedeutung于 Süden. Die Bedeutung des Mittwochs und dieser Begutung von der Welt. Die Bedeutung eines Kγsa. Die Bedeutung des MDR-Fly. Die Bedeutung des MDR-Fly. Untertitelung des ZDF, 2020